und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von resident evil 3 dem remake warum ich jetzt so rumstehe weiß ich gar nicht ich weiß gerade irgendwie ich bin nervlich noch am ende ich bin am überlegen was ich jetzt eigentlich machen soll also wenn wir so viele granaten bekommen gehe ich ganz 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 stark davon aus dass jetzt ein boss kampf kommen wird das problem ist nur dass wir dann natürlich dementsprechend auch mehr heilung mitnehmen müssten das ist jetzt das was mir jetzt wirklich große sorgen macht momentan ich hoffe immer noch dass wir dafür mal munition bekommen ja ich würde sagen ich gehe jetzt aber müssen wir jetzt eigentlich hin wir müssen wieder dadurch ne nach oben ich wollte gerade sagen wir müssen noch die treppe hoch okay da wenn wahrscheinlich dann die zombies wieder aufstehen denke ich mal aber daran meines erachtens keine schlimmen zombies drin also keine weißen oder so selbst die mit den köpfen finde ich jetzt auch noch nicht so ekelhaft sondern sondern die weißen sind halt wirklich am schlimmsten wo waren die denn hier noch mal auf der anderen seite glaube ich und da waren glaube ich zwei mal gucken ob die aufstehen so das benutzen wir mal hier und haben direkt ein rätsel okay okay also das können wir so ja oder so ich wollte jetzt eigentlich herausfinden wie es funktioniert aber gut dann halt und lassen sie sich dann von einem million zombies wahrscheinlich killen oder von nemesis fuck sag mir bitte nicht dass das jetzt der entkampf ist oder was auch mal auf jeden fall kein boss kampf ich bin noch gesund aber ich kann mich nicht vernünftig bewegen da ist was oh scheiße oh nicht schon mehr genau als ob das jetzt mit einem schuss hier explodieren würde ja was denn soll ich jetzt drücken oder gedrückt halten gedrückt halten anscheinend okay oh gott jill du schaffst das auch wenn ich erstmal wissen musste wie ich das jetzt drücken muss du schaffst das nee oder ein speicherraum war ja klar und wir kriegen nochmal granaten also jetzt ganz ehrlich ich gehe hundertprozentig davon aus dass wir jetzt einen boss kampf kriegen werden also ich werde erstmal die pistole hier verstauen den impfstoff kann ich den auch verstauen wahrscheinlich eher nicht wenn ich jetzt wüsste ne ich schau mal eben was es hier noch gibt das kann ich nicht mehr mitnehmen was haben wir denn jetzt hier noch hochwertiges schießpulver das kann ich aber nicht direkt hier mit kombinieren oder ne okay dann legen wir erstmal den impfstoff ach den kann ich nicht da reinlegen ich glaube das nicht schießpulver das kombinieren wir dann nochmal eben so das haben wir auch noch drin aber achso da ist es doch genau flint munition die können wir direkt schon mal hier mit kombinieren ähm was habe ich jetzt die granaten habe ich jetzt reingetan ne wir gucken jetzt erstmal kurz das erste hilfespray ach das war die sturmgewehr munition ja gut die können wir natürlich direkt reintun das ist nicht das problem den platz werden wir wahrscheinlich dann gleich frei haben wenn wir das irgendwo einlegen können ach die große große frage ist jetzt nur wenn das wirklich nemesis als bosskampf ist wovon ich wirklich ausgehe ja gut dann bräuchte ich das messer jetzt nicht ne das könnte ich dann vielleicht erstmal dass ich das messer erstmal wegtue dann auf jeden fall heilung ähm ja ich meine viel haben wir ja streng genommen nicht und 6 ist ja glaube ich das höchste ne ja ist das höchste oh Gott 3 mal heilung hätte ich dann dabei wobei ähm stellt die gesundheit komplett wieder her ja ich würde normalerweise sagen ist jetzt eigentlich kein großer unterschied aber ich nehme lieber immer erst die kräuter puh ich weiß aber nicht ob 3 mal heilung reicht ich würde aber schon gerne auch die ganze munition ach ich habe noch die brandgranaten die brandgranaten sind soweit ich weiß besser als die explosiven ne ähm oh scheiß ich weiß es ich weiß es echt nicht ich meine ich hatte irgendwo zwischendurch mal gelesen dass die brandgranaten besser sind wir haben aber nicht viele davon dabei das ist jetzt problematisch weil wir wissen ja wie viel der schon bei der ersten runde eingesteckt hat oder der zweiten runde boah ich weiß nicht ob das gut geht ich werde jetzt erstmal nochmal kurz speichern nicht weil wir jetzt so viel gemacht haben das wäre natürlich schwachsinn aber weil ich ehrlich gesagt keine lust habe sollten wir sterben dass ich jetzt hier Moment hier ist aber irgendwas was ich noch nicht aufgenommen habe oder hä halt stopp Sprengstoff A da kommen die jetzt mit an na toll äh Moment einmal Heilung tun wir erstmal wieder zurück Sprengstoff A zack tun wir rein ich meine wir hätten also das tun wir jetzt mal raus ich meine wir hätten auch sonst keinen anderen Sprengstoff mehr drin ne oh ich weiß noch nicht ob die Minengranaten jetzt vielleicht besser wären oh ne aber keinen anderen Sprengstoff drin eigentlich könnten wir super viel mit dem Sturmgewehr machen aber da das nicht so die Durchschlagskraft hat das ist halt ja oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott also gespeichert habe ich ja haben wir jetzt auch wirklich alles ja Moment warte ja doch kann man doch noch lesen meine ich doch Entsorgungszentrum Entsorgungszentrum Vorschriften diese Einrichtung dient der Liquidation und Entsorgung von Nest 2 Testpersonen ok kommen da jetzt auch noch so viele Zombies oder wie die starken Lösungsmittel stellen sicher dass jegliche biologische Materie im Behältnis lebend oder tot für die Versorgung komplett aufgelöst wird bitte befolgen sie alle Sicherheitsvorschriften bei der Benutzung des Entsorgungszentrums stellen sie immer sicher dass sich keine Mitarbeiter in der Kammer befinden ich schätze da müssen wir jetzt kämpfen bevor sie den Liquidierungsvorgang einleiten verwenden sie stets die vorgeschriebene Menge an Lösungsmittel unabhängig von dem Volumen oder der Masse des zu entsorgenden Materials wenn eine Testperson gewalttätig wird stoppen sie unter keinen Umständen den Entsorgungsprozess lassen sie die Kammer für mindestens zwölf Stunden gefüllt und stellen sie vor dem Trockenlegen eine vollständige Liquidation sicher oh Gott heißt das wir werden jetzt ja auch noch mit Flammen oder irgendwas angegriffen zusätzlich zu Nemesis das fände ich jetzt aber nicht gut oh 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 ähm ja ich habe ja nur noch ach so habe ich eigentlich noch Granaten aber ich glaube nicht ne ähm ne nur die Minengranaten okay also oben Pistole unten eigentlich hatten wir das immer anders rechts schrot und unten Granatwerfer ich habe das nur irgendwann mal umgestellt wegen irgendwas oh Gott was in Gottes Namen ist das hier oh nein was kommen wir Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? So, da das ja beides drei sind mache ich dann die Säuregranaten rein und nehme die Brandgranaten und verlasse mich wirklich da drauf dass die Brandgranaten besser und stärker sind ich bin mir nämlich nicht sicher aber das sieht doch das ist doch ein Endbosskampf oder also Endboss weiß ich nicht aber zumindest ein Bosskampf ich nehme das schon mal oh Moment LB ah ich habe das jetzt gerade zum ersten Mal gesehen so kann ich die wechseln ich hoffe das jetzt wirklich aber das sieht aus als ob der Feuergranaten drin hat ah okay also mit links oben da hinten ist nichts haben wir denn hier alles eingesammelt? ja sieht so aus Moment, was haben wir denn hier? ach das war die Sturmgewehr ja gut, okay okay ich hat es aus ich hat es aus da kommt das Alien da kommt das Alien ouch natürlich woher kommen wir denn hier? natürlich natürlich die Stadt braucht den Impfstoff mehr als ich? hm wie es scheint sind meine Weisheiten immer noch nicht zu dir vorgedrungen ja ja Menschenleben sind unbezahlbar aber ich bin in diesem Geschäft um bezahlt zu werden machen wir einen Deal du gehst runter bekämpfst den Nemesis und ich filme alles und verkauf die Kampfdaten gib mir eine gute Show und vielleicht verzichte ich auf den Impfstoff Deal? gut wo sind meine ganzen Waffen? Waffen oh hier sind auch noch Waffen, okay äh ernsthaft? ne ja das geht mit Brand so viel besser fuck oh was kommt da? pass auf du hast Gesellschaft ja ich seh es oh fuck wieso hat der die nicht gewechselt? er versteckt sich in den Tank 7 Tank 7, Tank 7 wo ist Tank 7? Nummer 7 muss ich da jetzt drauf schießen oder so? jetzt bring den Ausflug jetzt bring den Ausflug jetzt bring den Ausflug wuh fuck weich aus Jill ok ok da kommen noch mehr Nummer 4 4 wo ist die 4? wo ist die 4? ich mach das das wollte ich zwar nicht treffen aber auch gut oh ja genau lass mich bloß nicht ausweichen kein Thema oh wieso nimmt die jetzt nicht die Schrot? äh hat der jetzt die Zombies kaputt gemacht? ich bin auch schon hat der jetzt grad die Zombies kaputt gemacht? oder bin ich da jetzt irgendwie total blöd? wir sind auch mehr gekommen wir sind auch mehr gekommen pass auf oh weich aus Jill weich aus weich aus ja genau musst du mich verarschen? Nummer 8 nas ww jes 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 Ich glaube, das war ein Kieferbruch. Ey, so voll jetzt war ich gar nicht. Ich werde den Scheiß-Kell einschmelzen. Yo, Terminator. Okay, ich treffe dich weiter vor. Nicolai, wo bist du hin? Sind das jetzt die Granaten? Ja. Achso, das sind gar nicht die Granaten, weil ich gar nicht den Granatwerfer habe. Okay, die muss ich auch noch eben... Ich meine, von der Heilung her haben wir es gut gemacht. Wir haben jetzt noch einmal die Heilung gebraucht. Auch sonst haben wir jetzt nicht wirklich... Ja gut, die Granaten haben wir halt sehr viel verballert, so gesehen, ne? Oh, eine Speichermaschine. Sehr schön. Ähm, gut. Die Patronen, die können wir direkt wegtun. Ich denke mal, das können wir auch wegtun. Also ich hoffe zumindest, dass jetzt nicht noch ein... ähm... Dingskampf kommt. Ist hier was drin? Hier ist was drin. Ah ja, erste Hilfespray. Und was ist das? Hallo. Sprich mit mir. Waffenspezifikationen. Alles geschwärzt. Bezeichnung des Projekts. Ferromagnetische Infanterier... Algun... Oh Gott. Der nächsten Generation. Entwicklungscodename Finger. Oder Finger... Oder wie auch immer man es aussprechen soll. Entwicklungsleiter leitende Forschung des NES-2. Colonel Kana. Äh, Ghana. Entwicklungsunterstützung United States Army. Kaliber 60 mm. Mündungsgeschwindigkeit 6000 m pro Sekunde. Projektziel. Eliminierung von Biowaffen im Fall eines Ausbruchs. Zusätzliche Hinweise. Die extreme Feuerkraft hat den zusätzlichen Nutzen, dass sie das Ziel komplett vernichtet und nichts zurücklässt. Das wäre schön, ja. Nutzer-Feedback. Das Teil ist total cool. Tyrant will sich nicht benehmen. Gib ihm den Finger und das Problem ist gelöst. Okay. Also das scheint wohl diese Waffe zu sein. Hat die Feuerkraft, die wir brauchen. Wäre noch besser, wenn man die Leistung justieren könnte. Die Beweglichkeit könnte sich im Feld als problematisch erweisen. Vielleicht könnte man die Plattform verbessern. Sie benötigt mehrere Stromquellen. Oh, das ist anscheinend für uns wichtig. Diese sicherzustellen könnte in der Praxis schwierig sein. Könnte man diese in einer Stromquelle konsolidieren. Okay. Also eine stärkere Stromquelle quasi machen. Ist jetzt die Frage, ob die das schon gemacht haben. Aber bei unserem Glück, denke ich mal, müssen wir uns dann wieder um die mehreren Stromquellen kümmern. Dann, so, Erste-Hilfe-Spray. Jetzt dürfte hier... Oh, ist immer noch was da. Da ist noch was. Schießpulver. Okay. Das ist jetzt das Normale. Und wir haben auch kein verbessertes. Dann tun wir das mal weg. Genau. Und dann würde ich sagen, speichern wir auf jeden Fall nach Nemesis noch mal ab. Weil, es hat mich jetzt doch sehr überrascht. Aber ich finde, so schlecht habe ich das gar nicht gemacht. Außer, dass ich halt sehr viele von den Granaten verballern musste, damit er überhaupt stirbt. Aber, ähm, ja. Es lief richtig gut. Also ich freue mich wirklich auf die normale Version. Weil die dann, ähm, sicher gut schaffbar ist. Wenn auch mit viel Kampf. Aber gut schaffbar, denke ich mal. Die schwere, ich glaube Veteran heißt es, äh, könnte problematisch werden. Aber ich freue mich auf jeden Fall auch drauf, die dann auch wieder durchzuspielen. Weil, ähm, ja. Das habe ich bisher von jedem Teil gemacht. Zumindest auf der Konsole. Auf dem PC, glaube ich, habe ich es nicht nachgeholt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Weil ich habe ja alle Spiele für die Konsolen gehabt. Oder habe sie immer noch. Und habe dann alle nochmal nachgekauft für PC über Steam. Und, ja. Das ist dann quasi wie Konsolenspielen. Weil ich dann ja den Playstation-Controller nehmen kann. Und das drüben auf meinem ganz großen Flachbild-Fernseher gucken kann. Äh, beziehungsweise spielen kann. Und das ist auf jeden Fall, ähm, recht cool. Wobei ich es am PC auch nicht schlecht finde. Naja gut, ich habe jetzt auch keinen kleinen Monitor, muss ich dazu sagen. Ja, aber genug von mir. Ähm, wir haben Nemesis. Ja, besiegt will ich jetzt nicht sagen. Weil der kommt ganz sicher nochmal wieder. Spätestens am Ende, denke ich mal, auf jeden Fall. Weil wir werden hier auf jeden Fall nochmal einen kleinen Cut machen. Und, ähm, hoffen, dass der Teil danach vielleicht wieder ein bisschen ruhiger ist. Und wir auch nochmal irgendwann zum Ende kommen. Weil wir jetzt doch schon ziemlich lange gespielt haben. Und ich irgendwie das Gefühl habe, dass das Ganze überhaupt gar kein Ende mehr nimmt. Also es ist definitiv länger als der dritte Teil vom Original. Weil da habe ich nicht so lange dran gesessen. Da habe ich, ich glaube, beim ersten Lauf waren es sechs Stunden oder so. Und ich habe hier jetzt schon gefühlt sieben oder acht Stunden mindestens dran verbracht. Ich bin mal gespannt, wie dann meine Endzeit aussehen wird. Aber gut, das ist mir jetzt auch nicht wichtig. Ähm, auf Endzeiten bin ich dann aus, wenn ich wirklich weiß, okay, das und das ist da und da. Und ich laufe dann so schnell wie möglich durch und so weiter. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Vielen Dank.